Ich bin Semina Beruji, ich mache die kaufmännische Lehre im M-Profil und bin im zweiten Lehrjahr. Mein Lieblingsmoment in dieser Ausbildung war, als ich mitorganisieren konnte, dass eine Schulklasse zu uns in die Filale kommen und Weihnachtsbaum kommen und ich das ganze Endergebnis betrachten konnte. Für die Basler Kantalbank habe ich mich dadurch entschieden, dass mir das Ausbildungssystem am besten gefallen hat und ich mich mit dem Image der BKB am besten identifizieren konnte. Mein Tipp für zukünftige Bewerberinnen ist, dass sie sich informieren sollten, wo sie sich genau bewerben. Also, dass sie nicht mit den allgemeinen Informationen kommen, die man über jede Bank weiss. cooldown ist, dass sie keine